Ja, Newsflash! Beinahe hätte ich ein falsches Intro gehabt, schon wieder gerade. Schön, dass ihr da seid. Wir sind hier mit den neuen Nachrichten der letzten Woche der NFL. Wir haben Trade News, wir haben Jalen Ramsey News, wir haben Verletzungs News und natürlich auch ein Rückblick auf Thursday Night Football zwischen den Eagles und den Packers. Bevor wir damit gleich anfangen, erste Sache, falls ihr so unglaublich bequemes Merchandise oder einfach nur ein schicken Pullover haben wollt, dann guckt mal auf den ersten Link in der Beschreibung. Damit hättet ihr nämlich erstens einen unglaublich geilen Pullover, denn ihr wisst nicht, wie oft ich den anhabe, wenn ich nicht vor der Kamera bin. Vor der Kamera versuche ich halt häufig verschiedene Sachen anzuhaben und sowas. Ansonsten, wenn ich rumhänge, habe ich gefühlt nur diesen Pullover an und wie gesagt, alle bisher, die sich was bestellt haben, haben mich da immer bestätigt, von wegen es ist saubequem, also ja, Shoutout Spreadshirt, würde ich sagen. Zweitens würde es mich natürlich auch sehr unterstützen, also würde ich mich darüber freuen, falls ihr keinen Bock drauf habt, natürlich komplett verständlich. Gut, wir gehen rein ins Spiel. Die Eagles haben gewonnen 34-27. Damit ist mein Tipp falsch, aber es ist natürlich trotzdem gut so. Wenn ein Team aus der eigenen Division verliert, gerade gegen ein Team, gegen das man selber gerade gewonnen hat, ist das natürlich super. Ich denke nach wie vor, die Packers sind das bessere Team als die Lions, versteht mich nicht falsch. Aber es ist trotzdem ein gutes Gefühl, wenigstens bis wir gegen die Chiefs verlieren. Falls wir verlieren, vielleicht gewinnen wir auch, auf eins zu stehen in der Division. So, aber es geht nicht um die Lions, sondern es geht um die Packers und um die Eagles. Der Packers-Gameplan auf beiden Seiten vom Ball hat mir nicht gefallen. Und man sieht am Ergebnis, obwohl mir der nicht gefallen hat und obwohl da viele Sachen nicht wirklich gut gelaufen sind für die Packers, war es trotzdem ein verdammt enges Spiel. Und am Ende, vielleicht wird da manchmal Pass Interference gecallt und du kriegst ein neues First Down. Vielleicht kommen die dann auch tatsächlich in der Red Zone mal in die Endzone oder aus der Red Zone in die Endzone. Und dann gewinnt man das Spiel, obwohl es eigentlich nicht so gut funktioniert hat. Das sind so die Sachen, die einem Hoffnung machen sollten. Die wurden halt komplett kaputt gerannt. Gegen die Vikings hatten sie Glück, dass sie ganz, ganz schnell vorne waren und die Vikings nicht wirklich einfach nur pounden konnten von wegen Run, 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 Run. Gegen die, was war es, Broncos, war die Run-Defense auch nicht wirklich gut da. Das einzige Mal, dass die Run-Defense wirklich gut aussah, war Woche 1 gegen die Bears. Und da waren die Bears-Offensiv halt auch wirklich wackelig. Die beiden Smiths kamen nicht wirklich rein, also so Darius Smith und Preston Smith. Das hat nicht wirklich so funktioniert. Natürlich auch gegen eine der besten offensiven Lines der Liga. Aber ich weiß nicht, da war auf jeden Fall Potenzial da. Das Problem ist, wenn du kaputt gerannt wirst, dann kannst du nicht stur dabei bleiben, mit sechs Defensive Backs auf dem Feld zu stehen oder fünf teilweise. Also die ganze Zeit in Sub-Packages, Nickel, Dime. Denn du wirst halt einfach überrannt. Die Packers haben viele sehr athletische, sehr talentierte Defensivspieler im dritten Level, also DBs. Du hast dann der Savage, von dem ich eine sehr hohe Meinung habe. Jair Alexander entwickelt sich gerade aber mal ganz, ganz schnell zu einem Top-5-Corner in der Liga. Du hast Kevin King, der vielleicht nicht wirklich den Draft-Hype jetzt wiedergibt, aber der die letzten beiden Wochen super gespielt hat oder drei Wochen eigentlich sogar schon. Also du hast wirklich eine talentierte Secondary. Aber wenn du Tight Ends und dann noch dazu welche wie Zach Ertz und gerade Dallas Goddard hast, der eigentlich wie ein sechster Offensive Lineman ist, wenn er Leute umhaut, dann kannst du nicht mit diesen Defensive Backs da stehen. Das ist einfach gewichtsmäßig nicht da. Das ist so, wie ich, wenn ich der beste Boxer der Welt wäre. Ich könnte trotzdem keinen 100-Kilo-Boxer oder einfach keinen Anthony Joshua zum Beispiel besiegen, weil er viel schwerer ist als ich. Es geht einfach nicht. Wisst ihr, das hat nicht wirklich was mit Talent zu tun und dass die DBs nicht gut sind. Es funktioniert einfach nicht wirklich. Andere Sache, das Running Game war nicht existent. Aaron Rodgers hatte mit Abstand die meisten Yards und das waren alle Scramble Yards. Ich habe es vorher gesagt, dass die Eagles Running Defense extrem gut ist und da hat man es nochmal gesehen. Aber ich hätte trotzdem gerne gehabt, dass man ein bisschen mehr dabei gewesen wäre. Allerdings hatte man auch das nahezu ganze Spiel, oder eigentlich wirklich das ganze Spiel über nur Aaron Jones und dann den Fullback. Denn ansonsten wäre theoretisch noch Jamal Williams da gewesen und der hat sich ja ganz am Anfang verletzt. Da komme ich gleich drauf. Nächste Sache, ich habe ein paar Packers-Fans gesehen, die sich über Flaggen und so beschwert haben, von dem, oh, die Refs haben, hm, hm. Erstmal gibt es ein paar Teams, die sich meiner Meinung nach nicht wirklich über Flaggen beschweren dürfen, weil sie da häufig Glück haben. Das sind die Patriots, die Cowboys, die Packers. Generell diese guten Teams, wisst ihr? Manchmal kriegt man da ein bisschen einen Bonus. Natürlich darf man sich logischerweise beschweren, jeder darf sich beschweren, aber muss man immer ein bisschen relativieren alles. Es gibt da Teams, und ich rede nicht unbedingt von den Lions, die deutlich mehr Flaggen Pech haben, Woche ein, Woche aus. Und am Ende stimme ich euch absolut zu, da sind ein paar Cards in Richtung Philly gegangen. Dafür in der ersten Hälfte sind extrem viele Cards Richtung Green Bay gegangen. Teilweise wurden die dann overturned, teilweise einfach nicht gegeben. Instagram, mein Link ist auch in der Beschreibung. Ich habe in der Story was geteilt, was ganz, ganz klar Offside ist zum Beispiel, wo einfach keine Flagge geflogen ist und solche Kleinigkeiten. Also insgesamt fand ich die Referee-Leistung erstens gut, weil sie halbwegs gleichmäßig war. Und zweitens wirklich, wenn schlecht, dann ausgeglichen schlecht. Also da kann man sich nicht wirklich drüber beschweren, würde ich sagen. Letzte Sache, ich habe von ein paar Leuten gehört, dass sie das dirty fanden, also schmutzig böse quasi von den Eagles, was da passiert ist. Da war eine Facemask, die wirklich eine Facemask war, also eine böse, sage ich mal, gegen Devonta Adams. Da hat er sich Gott sei Dank nicht verletzt. Dann war eine Facemask, die keine Facemask war, weil einfach der Handschuh am Helm kleben geblieben ist. Und dann gab es natürlich den bösen Hit gegen Jamal Williams von Derrick Barnett, glaube ich. Und jetzt, ich sage, das ist nicht dirty. Es ist höchstgradig dumm und wirklich absolut unüberlegt, aber das weiß Derrick Barnett vermutlich selber. Das wusste er vermutlich in der zehnten Sekunde danach. So, in dem Moment denkt er nicht nach. Und dirty heißt für mich immer, dass es absichtlich ist. Von wegen, man versucht absichtlich was Unfaires zu machen. In dem Beispiel halt den Gegenspieler zu verletzen, damit er nicht weiterspielen kann, damit man selber einen Vorteil hat. Und das würde ich absolut den wenigsten Leuten unterstellen. Klar, manchmal brennt Leuten auch eine Sicherung durch und dann machen die was ganz Dummes. Wie Gronk zum Beispiel damals bei Tredavious White, als er ihm auf den Kopf springt. Aber das ist nochmal ein anderer Schritt. Ich glaube, Derrick Barnett war einfach zu spät. Hat es in dem Moment nicht gecheckt und es war unglaublich dumm. So, für mich war das nicht dirty, leider. Ist natürlich ärgerlich. Jamal Williams finde ich übrigens persönlich sehr, sehr cool. Deswegen war es doppelt ärgerlich. Aber er hat erstmal Daumen hoch gezeigt beim Spiel. Und danach haben dann die Packers getweetet. Was ich übrigens super fand, dass sie das direkt getweetet haben. Damit man sich ein bisschen beruhigen konnte. Dass er Gefühl hat in Armen und Beinen und so weiter. Und dass es ihm in den Umständen entsprechend gut geht. Gleiches gilt für Evante Maddox, der einen Hit von Sadeo abgekriegt hat. Also von seinem eigenen Safety quasi aus Versehen. Da meinten schon ein paar Eaglespieler, der hat, als er auf der Trage lag, schon Witze gemacht und gelacht und sowas. Also dem geht es jetzt auch gut. Der konnte sogar schon mit dem Team zurück nach Philadelphia fliegen. Also bei beiden Glück im Unglück. Ich kriege es wirklich nicht hin, diesen Rückblick kurz zu machen. Sorry. Jalen Ramsey, der Lieblingsspieler von vielen Leuten. Unter anderem auch einer meiner Lieblingsspieler in der Liga. Wie gesagt, mein Jersey ist im Schrank. Der möchte immer noch getradet werden. So. Das Problem ist nicht wie bei vielen anderen Holdouts. Beziehungsweise es ist ja nicht wirklich ein Holdout. Aber wie bei vielen anderen Leuten, die getradet werden wollen. Dass sie sagen, ey, ich will einen neuen Vertrag. Und ihr gebt mir nicht genug Geld. Beziehungsweise ihr wollt mir jetzt noch nicht den neuen Vertrag geben. Sein Problem ist mit Leuten in der Führungsetage. Und es läuft sehr oft Tom Coughlin hinaus. Also die beiden kommen nicht miteinander klar. Und Jalen Ramsey meinte mehrfach, wenn der Respekt einmal weg ist, dann ist es für ihn. Oder er denkt dann, es ist das Beste einfach zu cutten und zu sagen, gut, dann gehen wir getrennter Wege. Und tradet mich bitte einfach weg. Die Eagles, über die wir gerade geredet haben, wären eine interessante Lösung. Denn Darby hat sich verletzt mit seinem Hamstring. Man weiß nicht, wie lange Wonte Maddox ausfällt. Und der sah auch schon echt schlecht aus in dem Spiel. Also will ich nicht wissen, was danach noch kommt. Und die Eagles sind ja zumindest einen Ticken verzweifelter geworden. Und damit ist es auch einen Ticken wahrscheinlicher geworden, dass er da hingeht. Aber insgesamt, die Jaguars wollen ihn immer noch nicht gerne traden und wollen extrem viel dafür haben. Also es wird spannend bleiben. Jalen Ramsey war erst krank jetzt und hat gesagt, also vielleicht war er wirklich krank, ich bin mir nicht sicher. Und hat gesagt, er kommt nicht zum Training. Dann hat er gesagt, er geht nach Nashville, wo seine Frau gerade ein Kind kriegt, ein zweites Kind. Und Doug Marone, der Head Coach der Jaguars, hat aber auch schon gesagt, das war schon lange abgesprochen, dass er jetzt Ende September da hingeht. Frage ist, ob das wirklich so ist oder ob die Jaguars das nur sagen, damit die Situation besser aussieht. Abgesprochen mit Jalen Ramsey, wer weiß. Auf jeden Fall sehr interessantes Thema. Und ich bin mega gespannt, wo er hingeht, denn ich kann mir eigentlich wirklich nicht vorstellen, dass er bei den Jaguars bleibt. Jennifer Lopez und Shakira sind in der Halftime-Show vom nächsten Super Bowl. Wir haben gerade über Holdouts geredet und einer, der jetzt beendet wurde, ist der von Chargers Running Back Melvin Gordon. Der ist jetzt zurückgekommen zum Team. Da gibt es immer Deadlines, die quasi das Geld ansonsten kaputt machen würden für die Saison. Und zwar das ganze Geld. Und deswegen muss man oder meistens wird ein Holdout beendet. Es ist ganz, ganz selten, dass jemand einfach nicht kommt, wie Lerian Bell zum Beispiel letztes Jahr. Der hat wirklich gesagt, es ist mir egal. Ich will einen neuen Vertrag und vorher komme ich nicht. Dann interessiert mich auch dieses Geld von dem einen Jahr nicht, denn ich könnte mich ja verletzen. So, Melvin Gordon ist jetzt wieder da. Wird nicht spielen am Wochenende gegen die Dolphins. Das sollte man ja im Normalfall auch alleine hinkriegen eigentlich. Und ab der Woche danach sollte er dann eigentlich wieder am Start sein. Es sei denn, die Chargers befinden ihn jetzt für zu unfit. Steelers traden für Seahawks-Tighthand Nick Vinnett. Jetzt unter anderem, weil Vance McDonald natürlich angeschlagen ist. Also es ist wirklich nur eine Depth-Sache. Also als Ersatz-Tighthand quasi. Aber trotzdem frage ich mich, ob die Steelers sich nicht wünschen, jetzt im Nachhinein Jesse James bezahlt zu haben. Wünschen, sie hätten ihn bezahlt jetzt bei der Free Agency oder vorher natürlich im idealsten Fall schon. Und natürlich wäre der um einiges teurer gekommen. Aber ich denke, es wäre clever, weil du dann wirklich richtig gute Tiefe hast auf der Position. So, ich weiß jetzt nicht, ob Nick Vinnett da wirklich die Lösung ist. Ich glaube unter 50 Catches, 4 Touchdowns in seiner Karriere. Also, hä? Bei den Seahawks ist erstens Luke Wilson jetzt dafür wieder zurückgekommen, der schon mal da war. Dann bei den Lions, dann bei den Raiders, unter anderem bei Hartnox ja am Start gewesen. Und jetzt, wie gesagt, zurückgekommen zu den Seahawks. Und auf der anderen Seite ist es, glaube ich, ein gutes Zeichen für Will Disley, dass er sich in die richtige Richtung entwickelt. Beziehungsweise, der hat ja schon ein paar sehr starke Performances gehabt. Keanu Neal, ich habe es erwähnt, glaube ich, im Power-Ranking oder im Spieltagsrückblick, hat sich die Achilles-Szene gerissen. Das ist jetzt die nächste Verletzung, mit der er lang ausfallen wird. Der hat schon mehrere gehabt und immer wieder so gerade fit und dann Verletzungen. Das tut wirklich weh, sowas zu sehen, weil man, gerade wenn man selber schon eine Verletzung hat. Ich glaube, vorher denkt man immer, ja, ich kann das verstehen, aber in dem Moment, wo du selber so eine schwerere Verletzung hast und vorher einfach immer Sport gemacht hast, ich glaube, egal auf welchem Level, da versteht man, wie doof sowas ist. Weil dein Körper halt einfach dran gewöhnt ist, Sport zu machen. Du willst die ganze Zeit Sport machen und du kannst nicht. Und dieses ganze Reha- und Physiotherapie-Zeugs, das reicht einfach nicht wirklich. Bei ihm ist es natürlich noch mal schlimmer als jetzt bei einem Hobbysportler wegen der Karriere, weil die da dran hängt. Aber ich sage mal so, wenn irgendjemand zurückkommen kann von so einer Verletzung, dann ist es Keanu Neal. Ich will nicht mehr wirklich über Antonio Brown reden, weil der komplett durchgedreht ist, jetzt inzwischen. Der ist wieder zurückgegangen nach Central Michigan an die Universität, wo er ja schon mal war, um jetzt seinen Abschluss fertig zu machen quasi. Ich glaube allerdings nur online, ich bin mir da nicht ganz sicher. Ich lese auch alles nur noch mit einem halben Auge, was den angeht. Dann hat sein Agent aber gesagt, er will doch wieder in der NFL spielen, nachdem er ursprünglich gesagt hat, er will nicht mehr spielen. Dann hat er auf Twitter geschrieben, die NFL braucht ihn wie Testantworten oder irgendeinen Quatsch. Und mehrere NFL-Spieler, unter anderem Golden Tate zum Beispiel, TJ Lang und Eric Weddle, haben so halt amüsiert darauf reagiert. Und auf Eric Weddle ist er dann richtig losgegangen, aber auf so eine extrem unangenehme Art und Weise. Ich bin sicher, viele von euch kennen das, wenn, ich möchte ihm jetzt nicht zu nahe treten, aber wenn wirklich nicht sehr kluge, wir können offen sein, wenn dumme Leute denken, dass sie richtig klug sind. Wisst ihr, wenn die so argumentieren und Sachen sagen, die überhaupt keinen Sinn ergeben und die aber in dem Moment von sich selber total überzeugt sind und denken, boah, dem habe ich richtig gegeben. Und das ist die Definition für Antonio Brown gerade mit Social Media. Und Eric Weddle hat da extremst erwachsen und reif darauf reagiert und seinem Net Worth angemessen, sage ich mal. Also Antonio Brown ist wirklich ein ganz, ganz großer Clown. Wir kommen kurz zu verletzten Nachrichten. Wie immer sage ich es nochmal kurz vorher, ich gehe nicht auf jedes Team ein, sondern nur auf manche Teams. Von manchen Teams fehlen mir zum Beispiel auch noch die Injury Reports, jetzt wo ich gerade aufnehme. Und ich versuche das Woche für Woche mal ein bisschen durchzumischen. Und natürlich, wenn es irgendein Team ganz hart trifft, dann kommen die auch rein. Wir haben die Browns, den Offensive Tackle Kendall Lamb definitiv fehlt. Der ist out jetzt fürs Spiel gegen die Ravens. Und wenn ich irgendwas unbedingt fit am Start haben wollen würde gegen die Ravens, dann wäre es Offensive Tackle oder generell O-Line. Wir haben Safety Morgan Bennett, Wide Receiver Richard Higgins, der andere Offensive Tackle Chris Hubbard zum Beispiel, Greedy Williams und Denzel Ward, die beiden Cornerbacks, die beiden Jungen. Die sind alle questionable. Also da gibt es jetzt wirklich schon ein paar Verletzungssorgen. Ich meine, Greedy Williams und Denzel Ward waren letzte Woche auch schon raus und kommen jetzt so langsam wieder rein. Also das ist auf dem aufsteigenden Ast, wie auch immer. Aber ja, das macht es nicht wirklich einfacher gegen die Ravens. Wir haben die Vikings, wo Anthony Barr wieder zurückkommt. Der letzte Woche ja gefehlt hat. Hat man nicht so bemerkt, sage ich mal, weil das Spiel halt relativ deutlich war. Der kommt jetzt wieder bei einem sehr wichtigen Matchup gegen die Bears. Also das könnte unglaublich bedeutend sein. Wir haben dafür gar Josh Klein, Linebacker, Kent Trey Brothers, die beide out sind, die also nicht spielen werden. Ich denke, das wird auffangbar sein. Aber natürlich ist es immer schwer, wenn jemand ausfällt, der sonst spielen würde. Wir haben Mackenzie Alexander, der nach wie vor questionable ist. Der hat auch noch nicht so wirklich richtig reingefunden in seine NFL-Karriere bei den Panthers. Cam Newton, out. Trey Turner, Offensive Guard, out. Die werden beide definitiv nicht spielen. Zusätzlich fraglich sind Kowan Short und Bruce Irwin in der D-Line. Dazu Marquise Haynes, auch noch Pass-Rusher und Dante Jackson als Cornerback. Alle questionable. Bei Jackson sieht es eigentlich ganz gut aus. Das ist, glaube ich, mehr eine Vorsichtsmaßnahme und nicht wirklich ein ernstes questionable, solange es sowas gibt. Aber man wird sehen auf jeden Fall, bei den Broncos ist es ganz, ganz bitter, weil die unter anderem eventuell ihre drei besten Neuzugänge oder Free-Agency-Neuzugänge verlieren könnten jetzt am Wochenende. Beziehungsweise Bryce Callahan und Jawan James, also Cornerback und Offensive Line, sind beide schon definitiv raus. Und Defensive-Back Kareem, äh, Jackson, Kareem Martin wollte ich gerade sagen, Kareem Jackson ist questionable. Und wenn die alle drei ausfallen, bei einem Team, das sowieso schon struggelt, dickes Uff. Wir haben die Colts als allerletztes noch, Darius Leonard und Malik Hooker und Taequann Lewis, alle raus. Darius Leonard leider jetzt auch schon die zweite oder dritte Woche am Stück. Ich glaube, die zweite Woche raus. Also hoffen wir mal, dass das dann die nächsten Wochen wieder bergauf geht. Als allerletztes noch College-Spiele, die ich euch ans Herz lege, beziehungsweise kurze Empfehlung. Ihr könnt natürlich immer euer Lieblingsteam gucken, wenn ihr da Bock drauf habt. Aber das sind Spiele, wo entweder gerankte Teams gegeneinander spielen oder welche mit einem sehr niedrigen, äh, mit einer sehr niedrigen Spread, also sehr, sehr niedrigen Favoriten sozusagen. Wir haben um 21.30 Uhr Nummer 18 Virginia gegen Nummer 10 Notre Dame. Notre Dame da 11,5 Punkte Favorit. Und zur gleichen Zeit spielt Nummer 21 USC gegen Nummer 17 Washington. Washington hier 10,5 Punkte Favorit. In meinem Kopf eigentlich noch mehr. Ja, um 1 spielt dann Mississippi State gegen Nummer 7 Auburn. Und obwohl Nummer 7 oder beziehungsweise obwohl Auburn so hoch gerankt ist, trotzdem nur 10 Punkte Favorit. Und dann um 4 Uhr, also vermutlich wieder eher was für die Frühaufsteher an einem Sonntag, als für die Leute, die ganz lange wach bleiben, haben wir dann Washington gegen Nummer 19 Utah. Utah ist hier 6 Punkte Favorit. Gut, ich hoffe, euch hat's gefallen. Wenn ihr neu seid, dann zieht doch in Betracht zu abonnieren. Würde mich sehr, sehr freuen. Und ich hoffe, wir sehen uns alle im nächsten Video wieder. Bis dann. Ciao. Ciao. Bis zum nächsten Mal.